Tor. Bailey gleicht aus 1, 1. Aranguiz spielt von der linken Seite in die Mitte zu Alariö, der auf Wollang prallen lässt. Der deutsche Nationalspieler steckt in den Strafraum zu Bailey durch, der am herauseilenden Teehorn vorbeigeht und die Kugel dann ins Tor schiebt. Leon Patrick Bailey, Stern 9. August 1997 in Kingston, ist ein jamaikanischer Fußballspieler. Seit der Rückrunde der Saison 2016-17 steht der Stürmer beim deutschen Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen unter Vertrag.